Der Chinesen gegen Griechenland bestritt für das zweite Einzel, gesetzt gegen William Hansel und der Australier liegt mit Ball von seiner inzwischen auch schon 30 Jahre einige meinen Chinesen im Gegensatz zu, wieder, verlor er sein erstes Spiel gegen Chinesen, hier den ersten Satz gegen Wang Lichin gewinnen würde und aus Adelaide springt, bessere Ende des Ballwechsels für den Chinesen, der Ball im Netz, wenn man gegen einen absoluten Außenseiter gleich im ersten Satz so schlecht aussieht. Den ersten Jahren in der Nationalmannschaft hat selbst mit seinen Teamkameraden keine gespräche geführt, ein Nicht wirklich so spektakulär spielt, sie aber schnell merken Das ist eine kleine Sensation, wenn William Hansel hier, Wang Lichin von der Platte Viele Fehler jetzt in dieser Phase von Wang Lichin wird angefeuert von den Zuschauern von Peking auf dem Rampenlicht gestanden Und er ist dran! Den 26-jährigen Beim Australier Aber kann William Hansel nochmal wie eben gerade davon ziehen? Der Ball auf der Platte! Und er holt ihn zurück! Was für ein Ballwechsel! Die Haar spielt! Und die Möglichkeit für ihn diesen Satz doch nur für sich zu entscheiden und das Spiel der Ballwechsel! Ausgleich nach Sätzen! Nach diesem turbulenten, verrückten zweiten Satz! Und auch bei der WM 2007 sehr gut aus, obwohl er in den Monaten davon ist das so ein bisschen was für die Wundertüte! Der Mann kann es sicherlich im zweiten Satz! Mit 1-7 zurück! Mit 8! Mit 10! Mit 11! Mit 10! auch für uns nicht es einige doppelgänger von timo boll zum beispiel tieren können genau solche turniere hat man mit dem als die die sie vielleicht hier dann im wettkampf haben müssen wir dann zwei was bedeutet dass sie wenn sie heute den schaffte aber es könnte dann gegen singapur den entscheidenden einen satz gewinnen zurück zum spiel zum dritten satz für sich zu entscheiden und das macht er 1 zu 1 satzführung für den 30 jährigen chinesen die man ja auch als zurück nach austral die chinesische bank mit morgen antreten wird körper seine ganze eine ganzen hebel seine ganze wucht mit hinein geht es gegen den mehrfachen weltmeister auszeit genommen von den australiern für ihn oder der matchball für den chinesen und den ersten den verwandelte er mit diesem vorhand flip auf die linkere tischseite